Zum Schluss erwähne ich noch etwas, was ich besonders wichtig finde und was auch aus meiner Sicht für die Stadt Nütze auch eine Auszeichnung ist. Wir sind die erste deutsche Stadt, deutsche Großstadt, die im Rat beschlossen hat, ein Carbon Divestment. Soll heißen, den Rückzug von städtischen Fonds, was jede Stadt verfügt über Finanzfonds zur Absicherung von Pensionseinsprüchen der Beschäftigten. Und wir haben beschlossen im Rat, dass diese Fonds nicht mehr angelegt werden, beziehungsweise die Mittel der Stadt nicht mehr angelegt werden in Fonds, die unterstützen Kinderarbeit, die unterstützen die Herstellung von Kriegswaffen und die unterstützen Atomenergie und Kohlewirtschaft, beziehungsweise fossile Energiewirtschaft. Das hat der Rat so beschlossen, das ist auch bundesweit durch die Presse gegangen, als ein Auftaktsignal. Andere Städte sind dabei, das nachzumachen. Das ist aber, sagen wir mal, der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Was viel wichtiger in dem Zusammenhang ist, Carbon Divestment ist inzwischen eine Entwicklung in der weltweiten Finanzwirtschaft, die ungeahnte Effekte hat. Beispielsweise ist der norwegische Staatsfonds, der größte Staatsfonds der Welt mit 700 Milliarden Dollar Investment, ist aus der Kohlewirtschaft und aus den fossilen Energien ausgestiegen.